Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nicht weglaufen. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Was war was? War doch sicher nur ein Tier. Mach die verdammte Musik aus! Die Kamera hat sich wahrscheinlich wieder mal in die Brennnessel reingesetzt. Andi? Du Arsch! War doch witzig. Geh kommen. Warum sollte ich? Patrick! Wird man sich an mich erinnern? Wollen Sie das wirklich wissen? Du willst es wirklich wissen? Dann will ich es dir sagen. Du? Du hast nichts in ihrem Leben erreicht. Keine Spuren hinterlassen. Du hast es wahrscheinlich nicht einmal geschafft, mit einem großen Knaller zu trinken. Niemand wird sich an dich erinnern. Es ist nur eine Frage der Zeit. In einem Jahr. In einem Monat. Oder wahrscheinlich einer Woche. Keiner wird mehr wissen, wer du bist. Ich bin dir wahrscheinlich eine Ewigkeit eingesperrt. Oder sogar mehr. Und trotzdem habe ich deinen Namen schon wieder vergessen. Auch wenn du ihn jetzt noch einmal sagst. Es ist mir egal. Es ist mir scheißegal. Du widerst mich nicht einmal an. Du bist mir einfach nur gleich. Einfach egal. Und die hast du gestern baut. Die was? Die Vogelscheche, die da auf unserer Veranda steht. Das ist keine Vogelscheuche. Das ist ein Tockel. Aha. Ein Tockel. Na bitte? Na halt ein Tockel. Eine Zierpuppe. Stört er dich da? Soll ich ihn woanders hinstellen? Wenn du jetzt glaubst, dass er daherpasst? Wenn er dich da stört, dann stelle ich ihn woanders hin. Das ist ja kein Problem. Stefanka. Stört er dich da. Ja. Alles her. Zierpuppe. Zierpuppe. Sollte Bearing. Sollte Bearing. Du füllst mich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020